Demonstrationen Ausnahmezustand in Neukaledonien weiter Artikel über Demonstrationen in Neukaledonien Demonstrationen Ausnahmezustand in Neukaledonien Neukaledonien, das französische Überseegebiet Neukaledonien, gelegen im Südpazifik, befindet sich in einem besorgniserregenden Ausnahmezustand. Seit mehreren Tagen kommt es in der Region zu massiven Demonstrationen und Unruhen, die sich auf die gesamte Inselgruppe ausweiten. Die Unruhen begannen aufgrund von Spannungen im Zuge der jüngsten Referenden über die Unabhängigkeit Neukaledoniens von Frankreich. Trotz einer Mehrheit gegen die Unabhängigkeit im letzten Referendum im Dezember 2021 gibt es eine tief verwurzelte Spaltung zwischen den einheimischen Karnak und den europäischen Bewohnern sowie anderen ethnischen Gemeinschaften der Insel. Die Pro-Unabhängigkeitsbewegung stellt weiterhin eine starke Kraft dar und strebt eine Loslösung von der französischen Verwaltung an. Hintergrund zur Ellenkrise Neukaledonien, reich an natürlichen Ressourcen, insbesondere Nickel, hat in der Vergangenheit immer wieder Spannungen erlebt. Die einheimischen Karnak fordern seit Jahrzehnten ihre Souveränität und kulturelle Anerkennung. Während der europäische Einfluss im 19. und 20. Jahrhundert wuchs, wurden die einheimischen Bevölkerungen zur Minderheit. Einige historische Spannungen wurden durch die Martignan-Abkommen von 1988 und das Numea-Abkommen von 1998 gelindert, die schrittweise eine Anpassung der Autonomie von Neukaledonien versprachen. Im Rahmen dieser Abkommen wurden mehrere Referenden über die Unabhängigkeit abgehalten. Das letzte dieser Referenden war 2021, bei dem eine Mehrheit gegen die Unabhängigkeit stimmte. Trotzdem gibt es eine erhebliche Anzahl von Personen und politischen Gruppierungen, die eine unabhängige neukaledonische Nation anstreben. Insbesondere die FNKS, Front de Liberation National Karnak et Socialiste, spielt eine zentrale Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung. Anlässe der aktuellen Proteste. Der Auslöser der aktuellen Protestwelle war eine kontroverse Entscheidung der französischen Regierung, das Numea-Abkommen erneut zu überarbeiten und die regionale Autonomiepolitik zu ändern. Diese Änderungen wurden von vielen Karnak als Verrat an früheren Vereinbarungen empfunden. Die Ankündigung, dass weitere Referenten über die Unabhängigkeit nicht in naher Zukunft stattfinden werden, hat die Spannungen weiter verschärft. Des Weiteren haben wirtschaftliche Ungleichheiten und soziale Ungerechtigkeiten, die während der Covid-19-Pandemie sichtbarer wurden, das Vertrauen in die französische Verwaltung und in lokale Institutionen zusätzlich geschwächt. Die Tatsache, dass viele wirtschaftliche Vorteile des Nickelabbaus nicht bei der indigenen Bevölkerung ankommen, verstärkt die Unzufriedenheit. Die Eskalation der Gewalt. Die Demonstrationen, die zunächst friedlich begannen, eskalierten schnell zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Barrikaden wurden errichtet und es gab Berichte über Plünderungen und Brände in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Numea und anderer Städte. Die Regierung Neukaledoniens rief schließlich den Ausnahmezustand aus, um die Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Französische Sicherheitskräfte wurden entsandt, um die örtlichen Behörden zu unterstützen, was jedoch von vielen Bewohnern als Provokation angesehen wurde und die Spannungen weiter anheizte. Einige Teile der Insel sind vollständig blockiert und der Zugang zu Grundversorgungen und medizinischer Hilfe ist eingeschränkt. Die französische Regierung in Paris zeigte sich besorgt über die Entwicklung, rief jedoch auch zur Zurückhaltung und zum Dialog auf. Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass Frankreich weiterhin offen für Gespräche sei und eine friedliche Lösung anstrebe, die die Rechte und Wünsche aller Neukaledonier respektiere. Reaktionen der internationalen Gemeinschaft. Die internationale Gemeinschaft hat mit Besorgnis auf die Ereignisse in Neukaledonien reagiert. Sowohl die Pazifikstaaten als auch internationale Menschenrechtsorganisationen haben zur Mäßigung und zu friedlichem Dialog aufgerufen. Die Vereinten Nationen, die die Referenden überwacht haben, forderten eine respektvolle und konstruktive Auseinandersetzung mit den Forderungen der Kanak und anderen Bewohnern der Insel. Australien und Neuseeland als regionale Partner haben ihre Gesprächsbereitschaft angeboten, um zur Stabilität in der Region beizutragen. Beide Länder haben historische und wirtschaftliche Interessen in Neukaledonien und verfolgen die Entwicklungen daher mit besonderem Interesse. Ausblick und mögliche Lösungen. Die Bereitschaft für Dialog und Verhandlungen ist ein erster wichtiger Schritt, um den Konflikt in Neukaledonien zu entschärfen. Verschiedene Szenarien könnten dazu beitragen, eine nachhaltige Lösung zu finden. Neuverhandlung der Autonomierechte. Eine umfassende Überprüfung und gegebenenfalls Neuverhandlung des Numea-Abkommens könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Kanak in den politischen Prozess wiederherzustellen. Wirtschaftliche Diversifizierung. Investitionen in verschiedene Wirtschaftssektoren könnten die Abhängigkeit von Nickel verringern und die wirtschaftliche Teilhabe der indigenen Bevölkerung stärken. Kulturelle Anerkennung und Rechte. Mehr Anerkennung und Förderung der kanakischen Kultur und Sprache könnten dazu beitragen, das Zugehörigkeitsgefühl und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Internationale Vermittlung. Die Einbeziehung von internationalen Mediatoren könnte den Friedensprozess unterstützen und helfen, vertrauensbildende Maßnahmen zu etablieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird. Klar ist jedoch, dass die aktuelle Krise nur durch resoluten und respektvollen Dialog bewältigt werden kann. Die indigenen Kanak und andere Bewohner der Inseln suchen nach einer Zukunft, die ihre kulturelle Identität wahrt und wirtschaftliche Gerechtigkeit bietet. Eine Lösung dieses jahrzehntelangen Konflikts erfordert Geduld, Mut und die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen. Mit der Weltpolitik und den wirtschaftlichen Interessen verbunden, bleibt Neukaledonien ein wichtiger Punkt auf der globalen Landkarte. Die jetzige Herausforderung birgt auch eine Chance, aufgerissene Wunden zu heilen und eine dauerhafte Partnerschaft zwischen Frankreich und Neukaledonien zu schaffen. Anita Farke, Donnerstag 16. Mai 24.